Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Ich darf auch alle, die sich jetzt gerade in dem Raum eingefunden haben, ganz herzlich willkommen heißen. Ja, das Projekt, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, das ist sicher etwas, was ein bisschen schon abseits dessen ist, was Sie normalerweise im Rahmen der E-Education kennenlernen. Dazu braucht es ein paar Vorinformationen, um zu verstehen, warum es ganz anders ist. Dazu müssen Sie wissen, wer Atempo eigentlich ist. Atempo ist eine inklusive Sozialorganisation in Graz, für die seit 2017 die Arbeit mit digitalen Medien, mit Menschen mit Lernschwierigkeiten ganz, ganz zentralen Fokus hat. Und unser Mission-Statement in allen Bereichen ist, dass Atempo möchte, dass alle Menschen, da wir alle Menschen ja individuell sind, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen ausgestattet, mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen und Möglichkeiten, in gleicher Weise am großen Tisch der Gesellschaft Platz nehmen können. Dieser Tisch ist quasi aber der gleiche Tisch für alle. Und das bedeutet natürlich, um allen gleichermaßen diesen Platz bieten zu können, müssen wir, und das ist unser Job, Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten bieten, um diesen Platz tatsächlich finden zu können. Und diese Möglichkeiten, hier sehen wir es jetzt im Rahmen von baulichen Möglichkeiten, wie Rampen und Treppen oder Tieferstellungen, adaptierbaren Möglichkeiten, braucht es natürlich in allen Bereichen und das auch im digitalen Bereich. Und das ist etwas, was für uns ganz massive Bedeutung hat. Digitale Medien und Inklusion, das ist immer so ein schwieriges Thema nach wie vor im Sozialbereich. Man merkt, dass hier der Zugang zu digitalen Medien vielfach von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen noch immer ferngehalten wird, speziell was dann, dass sich Selbstständige bewegen im Internet und in sozialen Netzwerken betrifft. Weil man immer so die Sorge hat, digitale Medien bringen auch in gewisser Weise die Faden mit sich. Und unser CEO bei A Tempo, Klaus Kandussi, hat aber bei einem Vortrag in Innsbruck einmal ein sehr schönes Gleichnis dazu gebracht, das ich gerne in diesem Zusammenhang auch wieder aufgreife. Er hat gesagt, wenn man sich in den Alpen bewegt, speziell wenn man von irgendwo kommt, wo man eigentlich nicht gewohnt ist, sich dort zu bewegen, beispielsweise aus europäischen Ländern wie den Niederlanden und gar keine Erfahrungen damit hat, wie das ist, sich in den Alpen zu bewegen, dann riskiert man auch teilweise wirklich Leid und Leben. Das kann gefährlich werden. Dennoch ist es nicht Sinn der Sache, Menschen davon fernzuhalten, sondern vielmehr in den Gebieten, wo es Alpen gibt, sie auch zu ermächtigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sie zu begleiten, dass sie mit uns gemeinsam die Alpen erkunden und besteigen können und das im sicheren Umfeld. Und genauso ist es für A Tempo auch wichtig, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, sich im digitalen Bereich ganz selbstverständlich zu bewegen und hier auch hohe Kompetenzen zu erlangen. Das vorausgeschickt, um einmal zu wissen, wer wir eigentlich sind und was das jetzt eigentlich zu tun hat mit Kulassistenz für digitale Bildung. Denn wir bewegen uns bei A Tempo natürlich in dem Bereich aller Felder medialer Teilhabe. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also unsere Klientinnen und Klienten, sowohl Teilhabe an digitalen Medien als auch Teilhabe in digitalen Medien und Teilhabe durch digitale Medien gut kennenlernen und hier gut verankert sind und bringen hier tatsächlich hohe Kompetenzen mit. Und daraus wurde 2017 dann eigentlich ein Projekt geboren. Und da möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz den Überblick geben, was wir uns jetzt näher anschauen werden. Das heißt, wir schauen jetzt einmal, weil wir jetzt natürlich in den Digi-Kompetenbereich eintauchen, in die Grundschule, mit den Informationen, die wir über A Tempo jetzt haben, an. Wie schaut das aus eigentlich mit digitalen Medien und Inklusion in der Grundschule? Welche Möglichkeiten gibt es da? Dann schauen wir uns näher an, was ist jetzt dieses Projekt Schulassistenz für digitale Bildung eigentlich? Welche Projektstruktur ist da dahinter? Welches Konzept? Welche Vorbereitung und Begleitung durch A Tempo braucht es denn eigentlich? Sie werden auch kennenlernen, wer sind unsere Schulassistenten? Welche Anforderungen gibt es natürlich auch an Sie? Welches Aufgabenprofil? Aber was können Sie auch nicht leisten? Und ein bisschen der Ausblick, wo soll das alles hingehen? Gut, wenn wir jetzt schauen, was braucht es grundsätzlich für Inklusion in der Grundschule und digitale Medien? Wichtig, um digitale Medien in der Grundschule nützen zu können, und wir wissen aus der aktuellen Forschung, gerade Inno Bosse hat da sehr viel auch in seinen diversen Erhebungen drinnen, dass einfach die Grundschule noch ein Feld ist, das in Bezug auf Nutzung digitaler Medien im Unterricht noch sehr wenig bespielt ist. Das liegt an unterschiedlichen Bereichen. Zum einen braucht es einfach die Verfügbarkeit entsprechend der digitalen Medien, es braucht die Ausstattung. Schauen wir jetzt aber auf die Digitalisierungsoffensive, die Geräteoffensive, das sind wieder eigentlich Schulstufe 5 und 6 betroffen. Und im Grundschule-Bereich ist das hier noch ein eher wenig bespieltes Feld, wo es wirklich von individuellen Ausstattungen abgelenkt ist. Zusätzlich braucht es natürlich auch das Angebot an entsprechenden Apps und Anwendungen und auch das Wissen und Können auf Seiten der Lehrpersonen, wie ich das gut in meinem Unterricht integrieren kann, was macht tatsächlich Sinn und wie viel macht Sinn. Und es braucht natürlich auch ein entsprechendes Fort- und Fortbildungsangebot für Lehrpersonen. Und vielfach bestehen auch noch Berührungsängste, ganz einfach digitale Medien in die direkte Umsetzung im Unterricht in der Grundschule einzubringen. Hier ist vor allem individuelle Unterstützung notwendig und Hilfestellung. Und hier dockt es dann tatsächlich unser Projekt an. Welche Chancen gibt es ganz einfach durch den Einsatz digitaler Medien in der Grundschule? Digitale Medien heute bieten uns einfach die Möglichkeit, dass alle Kinder barrierefrei an Lern- und Medienangeboten teilhaben können. Und es gibt nicht mehr zwangsläufig die Unterscheidung, welche Technologien werden verwendet. Das heißt, dieser Aspekt der Stigmatisierung fällt eigentlich weg, dass ich mit speziellen assistiven Technologien arbeiten muss, weil ich sehr viel ganz einfach tatsächlich über ein simples iPad möglicherweise abdecken kann, das mit den integrierten Bedienhilfen es wirklich den Kindern möglich macht, dass sie an den Lern- und Medienangeboten nach dem Prinzip der Äquivalenz gleichermaßen teilhaben können. Die Arbeit mit digitalen Medien bietet einen sehr motivierenden Zugang zum Lernen. Ich habe aber auch viele Möglichkeiten der individuellen Förderung. Ich kann Lerninhalte besser differenziert aufbereiten, als wenn ich alles am Papier machen muss. Gleichzeitig passiert dadurch parallel neben der Arbeit mit digitalen Medien und dem Erwerb digitaler Kompetenzen auch altersgemäße Medienerziehung, weil ich die nie abkoppeln kann und darf. Und ich kann ganz unterschiedliche Kompetenzen der Kinder mit einbeziehen, weil ich ja im Prinzip nach dem SAMR-Model und den Möglichkeiten, die hier zur Verfügung sind, nach dem Prinzip von Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition, gerade im Bereich der Redefinition Möglichkeit habe, durch die Arbeit mit digitalen Medien Dinge zu gestalten, die durch andere Medien im Unterricht so nicht möglich wären. Ich denke alleine dabei an die Erstellung von Videos und Filmen schon im Grundschuldereich. Ohne diese digitalen Medien wäre das nicht möglich. Was ist jetzt Ziel dieses Projekts Schulassistenz für digitale Bildung? Wir wollen zum einen digitale Medien, das Lernen mit digitalen Medien in den Alltag der Grundschule hineinbringen und hier aber auch individuelle Unterstützung und Support anbieten. Diese individuelle Unterstützung, dieser Support sieht aber folgendermaßen aus, dass wir Menschen mit Lernschwierigkeiten, hohe Kompetenzen im digitalen Bereich mitbringen, als Expertinnen und Experten für das Lernen mit digitalen Medien in vier Grazer Volksschulklassen derzeit im Einsatz haben. Das heißt, wir bringen hier unterschiedliche Aspekte mit hinein. Wir haben zum einen die digitalen Medien als Unterstützung, um inklusiv lernen zu können. Wir haben aber auch Menschen als Expertinnen im Einsatz in den Schulklassen, die normalerweise nicht als Expertinnen gesehen werden, die hier aber wirklich zeigen können, dass sie Expertinnen dafür sind. Und es wird ganz selbstverständlich dieses Setting geschaffen, dass alle Menschen voneinander lernen können und dass jeder, jede Expertin und Experte in einem bestimmten Bereich sein kann. Damit haben wir hier ein Best-Practice-Beispiel für gelebte Inklusion im Schulalter. Wie ist jetzt diese Projektstruktur aufgebaut? Unsere Schulassistenten, und hier lasse ich jetzt das Gendern tatsächlich weg, weil es aktuell tatsächlich Herren sind, die hier im Einsatz sind. Unsere Schulassistenten erhalten eine fundierte Ausbildung bei uns, bei Atempo, eben in dem Bereich Medienkompetenz, aber auch soziale Kompetenz, digitale Kompetenz, sicherer Umgang mit dem Internet, damit sie sich auch wirklich ihrer Expertinnenrolle, ihrer wichtigen Rolle hier im Schulalltag bewusst sind. Sie arbeiten dann vier Tage in der Woche direkt am Schulanstandort in der Schulklasse mit, sind hier ganz selbstverständlich als unterstützende Expertinnen mit dabei und unterstützen das Lernen mit digitalen Medien mit den Kindern im Unterricht. Zusätzlich gibt es hier natürlich eine sehr enge Begleitung für unsere Klientinnen und Klienten. Das heißt, sie haben zum einen zuständige Ansprechpersonen bei Atempo, die sie direkt in der Klasse begleiten, die Kommunikation mit Lehrpersonen und mit unseren Klientinnen unterstützen, die die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Sie haben aber auch als Begleitung eine persönliche Bezugsperson am Schulstandort. Das muss nicht die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sein, Das kann eine andere Lehrperson dort sein oder die Schulleitung, wo einfach dieser persönliche Kontakt gut passt. Und zusätzlich gibt es noch die Begleitung in unserem Netzwerk, das wir sowieso bei Atempo haben. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer wird ganz intensiv begleitet von Jobcoach und zugeordneten Trainer, zugeordneter Trainerin. Und hier gibt es einmal im Semester auch fix definierte Entwicklungsgespräche, die mit Schule und mit dieser sogenannten Triade, also Schulassistent, Jobcoach und Trainer stattfinden, bei Bedarf natürlich auch entsprechend öfter. Was sind jetzt Inhalte dieses Ausbildungskonzepts? Zum einen eben immer im Bereich der Medienkompetenz, weil es einfach darum geht, unsere Schulassistenten sind hier die Experten und Expertinnen, die täglich oder vier Tage in der Woche in der Schulklasse vor Ort sind. Und da wird zusätzlich zu Angeboten in der Schule, die extern gebucht werden, wie zum Beispiel vom Verein Selbstinternet, mit den Schulassistenten ganz intensiv in dem Bereich gearbeitet, dass sie einfach wirkliche Vorbildrolle übernehmen können, dass sie sich selber ganz sicher in diesem Bereich bewegen und nicht nur in ihrem eigenen Umfeld, sondern auch wirklich wissen, was ist wichtig für die Kinder zu wissen, wie schauen altersgerechte Medienkompetenz in dieser Zielgruppe aus, was ist gesund in diesem Alter und das alles aber natürlich auf die kognitiven Fähigkeiten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Schwierigkeiten heruntergebraten. Im Bereich der digitalen Kompetenz ist es so, dass unsere Schulassistenten alle die digitalen Basisskills mitbringen, die für DigiComp 4 und DigiComp 8 wichtig sind. Alle haben auch den EZL gemacht und haben persönlich hohe Affinität in diesem Bereich. Im Bereich der sozialen Kompetenz stellt es natürlich eine große Herausforderung auch für unsere Klientinnen und Klienten dar, da sie manches Mal ganz einfach vielleicht Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit zu Beginn noch nicht in dem Ausmaß mitbringen, wie es vielleicht im Schulalltag gefordert ist. Hier ist dann ein ganz großes Lernfeld auch für unsere Klientinnen und Klienten, weil das natürlich im Schulalltag mit den Kindern auch ganz selbstverständlich trainiert wird. Und zusätzlich entwickeln wir mit unseren Klientinnen und Klienten gemeinsam eine, wir nennen es Toolbox, also wir entwickeln ganz, ganz viele Materialien rundherum, um die Arbeit im Schulalltag in ihren Klassen bedarfsgerecht, so wie sie es brauchen, seien das Erklärkarten, seien das Materialien in der Arbeit mit den Bluebots und P-Bots in den Klassen, damit sie auch diese als Hilfsmittel zur Verfügung haben. Wer sind jetzt unsere Schulassistenten? Darf ich Ihnen kurz vorstellen, das wäre zum Beispiel der Philipp, Philipp ist 20 Jahre alt, macht das jetzt schon seit 2017, also war er eigentlich so quasi unser Pionier in diesem Bereich. Und er sagt für sich selbst, dass es ganz, ganz wichtig ist für ihn einfach auch, den Umgang mit den Kindern und den Umgang mit anderen Menschen in diesem Umfeld zu lernen, im digitalen Bereich fühlt er sich ja sehr sicher. Kevin ist ein zweiter unserer Schulassistenten, auch Kevin macht das schon seit 2017. Und ihm macht es riesigen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Und er ist auch da wirklich sehr, sehr sicher unterwegs. Und die Zuleitung selbst sagt, sie wüssten mittlerweile nicht mehr, wie sie den Schulalltag eigentlich ohnehin bewältigen sollten, weil dadurch ein viel höherer Grad der Individualisierung in den Klassen möglich ist, weil er einfach wirklich schon sehr viel intuitives, pädagogisch-didaktisches Handeln für sich selbst erworben hat im Umgang mit den Kindern. Patrick ist seit 2018 mit dabei, er arbeitet besonders gerne eben im Strategiebereich, gerade mit den Apps wie beispielsweise Osmo, um den Kindern hier wirklich, ja, anderes Denken zu vermitteln und sie da noch ganz anders anzureden. So, das war jetzt leider ein Fehler, die eine Folie war falsch drinnen. Bastian ist der Vierte bei uns im Team, auch er arbeitet gerne mit den unterschiedlichen Osmo-Programmen, vor allem mit Coding, weil es ihm besonders viel Spaß macht, den Kindern auch Coding näher zu bringen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass all das, was unsere Schulassistenten im Schulalltag mit den Kindern machen, in ganz enger Absprache mit der Schule passiert. Das heißt, wirklich bedarfsorientiert auf das, was im Unterricht gebraucht wird und sie sich auch ganz intensiv darauf vorbereiten. Wie werden sie jetzt durch ein Tempo begleitet? Es gibt eben dieses eigens konzeptierte Lernangebot, das wir zu Beginn schon gesehen haben. Dann gibt es den intensiven Austausch und auch immer die individuelle Begleitung zusätzlich. Die Rahmenbedingungen, die unsere Schulassistenten brauchen, das ist eben zum einen diese persönliche Bezugsperson aus dem Lehrkörper, klare zeitliche und inhaltliche Strukturen zur Orientierung im Schulalltag, den regelmäßigen Austausch mit den Klassenlehrerinnen und der Bezugsperson. Feedback ist ganz, ganz wichtig für sie und gemeinsame Reflexion, weil sie sich natürlich ständig weiterentwickeln wollen und ihre Arbeit besser machen wollen. Es braucht klare Kommunikation auf gemeinsam festgelegten Kommunikationsstrukturen und Medien. Und ganz klar ist natürlich, wir sprechen hier bei den Schulassistenten immer von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das heißt, diese Aufgabenfelder dürfen sie fordern, aber sie dürfen sie nicht überfordern. Ich muss immer gut im Blick haben, was für sie möglich ist. Hier ein paar Bilder für sie noch aus dem Schulalltag. Das ist wirklich gelebter Schulalltag, wo unseren Schulassistenten im Rahmen des Unterrichts ganz eigene Arbeitsfelder immer zugedacht werden und sie mit den Kindern alleine arbeiten. Das ist ganz klar im rechtlichen Sinne, könnten sie nie ganz alleine für die Kinder verantwortlich übernehmen, weil das natürlich nicht bedeckt ist, aber sie sind mittlerweile einfach zentraler Teil des Unterrichts mit digitalen Medien in diesen Schulklassen. Und wenn wir jetzt so, gehen wir dabei noch auf diese Folie zurück, die ist ein bisschen netter, weil ich eben sagen wollte, wie schaut es aus mit dem Ausblick. Der wirklich große Grad der Unzufriedenheit derzeit an diesem ganzen Projekt ist, dass das Schulsystem es einfach nicht zulässt, dass, ich meine, Sie haben gesehen anhand der Jahreszahlen, unsere Schulassistenten sind teilweise schon seit vielen Jahren mit dabei und unterstützen zentral im Unterricht und das vier Tage in der Woche. Was Sie allerdings natürlich im Rahmen des schulischen Settings nicht bekommen, weil es nicht vorgesehen ist, ist eine finanzielle Abgeltung in irgendeiner Form. Das heißt, Beschäftigungsmöglichkeit mit tatsächlicher Bezahlung ist es leider bis heute noch nicht. Daran arbeiten wir intensiv, da steht uns einfach vieles von den politischen Strukturen her noch im Weg. Deswegen haben wir jetzt gerade mit 3. November, das war wieder das neue Einreichdatum in dieser Programmperiode eben für dieses Jahr, beim zweiten Einreichtermin, tatsächlich das Projekt SAID, School Assistance Inclusive Digital, eingereicht, als Erasmus-Projekt mit Partnern aus Finnland, aus Irland und aus Bulgarien, mit ganz unterschiedlichen aktuellen Situationen, was die digitale Entwicklung, aber auch Inklusion bei Ihnen im Land betrifft. Und wir wollen hier gemeinsam versuchen, im europäischen Standard eben ein Curriculum für Europa zu entwickeln, für diesen Ausbildungsbereich, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten tatsächlich auch im Bildungssetting, im digitalen Bereich, im Schulalltag, als ganz wertvolle Experten angesehen werden können. Und das soll jetzt im Rahmen von 30 Monaten entwickelt werden, soll implementiert werden in diesen Ländern, um dann auch im besten Fall für ganz Europa zugänglich zu sein und vielleicht das Ganze doch einmal auch als bezahltes Feld schließen zu können. Bleibt noch ganz kurz die Zeit für Anregungen, Fragen, Diskussionen zu diesem Thema. Ich würde mich freuen. Melden Sie sich ganz einfach, was wir uns auch darüber unterhalten können. Vielen Dank. Ein sehr interessantes Thema, das nicht nur in der Steiermark quasi bleiben sollte. Das ist gleich meine erste Frage. Wäre schön, wenn wir das weiterentwickeln könnten. Ich würde es als sehr, sehr zentral ansehen, weil ich glaube, dass es einfach neben der Möglichkeit wirklich digitale Medien in den Schulalltag zu bringen und Lehrpersonen auch eben die Sorge zu nehmen, die digitalen Medien zu erarbeiten, weil sie Unterstützung haben, so tatsächlich ein ganz besonderes Beispiel für Inklusion ist, weil für die Kinder ist es kein Thema, dass hier Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Klasse sind, sondern diese Menschen sind ganz einfach, der Patrick und der Bastian, das ist ganz normal. Und ich glaube, dass man damit aber auch Inklusion vorantreiben kann. Vielen Dank. Vielen Dank.